6. Kommen durch die ganze Welt 6. Kommen durch die Märchen der Brüder 6. Kommen durch die Märchen der Brüder 6. Kommen durch die Märchen der Brüder Es war einmal ein Mann der verstand allerlei Künste. Er diente im Krieg und hielt sich brav und tapfer, aber als der Krieg zu Ende war, bekam er den Abschied und 3 heller Zergeld auf den Weg. Wart, sprach er, das lasse ich mir nicht gefallen, finde ich die rechten Leute, so soll mir der König noch die Schätze des ganzen Landes herausgeben. Da ging er voll Zorn in den Wald und sah einen darin stehen, der hatte 6 Bäume ausgerupft als wärens Kornhalme, sprach er zu ihm, willst du mein Diener sein und mit mir ziehen? Ja, antwortete er, aber erst will ich meiner Mutter das Holz heimbringen, und nahm einen von den Bäumen und wickelte ihn um die 5 anderen, hob alles auf die Schulter und trug es fort. Dann kam er wieder und ging mit seinem Herrn, der sprach, wir zwei sollten wohl durch die ganze Welt kommen. Und als sie ein Weilchen gegangen waren, fanden sie einen Jäger, der lag auf den Knien, hatte die Büchse angelegt und zielte. »Jäger«, sprach der Herr zu ihm, »Jäger, was willst du schießen?« Er antwortete, »Zwei Meilen von hier sitzt eine Fliege auf dem Ast eines Eichbaumes, da will ich das linke Auge herausschießen.« »Oh, geh mit mir«, sprach der Mann, »wenn wir drei zusammen sind, sollten wir doch wohl durch die ganze Welt kommen.« Der Jäger war bereit und ging mit ihm. Und sie kamen zu sieben Windmühlen, deren Flügel trieben ganz hastig herum und ging doch links und rechts kein Wind und bewegte sich kein Blättchen. Da sprach der Mann, »Ich weiß nicht, was die Windmühlen treibt, es regt sich ja kein Lüftchen,« und ging mit seinen Dienern weiter. Und als sie zwei Meilen fortgegangen waren, sahen sie einen Mann auf einem Baum sitzen, der hielt das eine Nasenloch zu und blies aus dem anderen. »Mann, was treibst du da oben?«, fragte der eine. Er antwortete, »Zwei Meilen von hier stehen sieben Windmühlen. Seht, die blase ich an, daß sie laufen.« »Oh, geh mit mir«, sprach der Mann, »wenn wir vier zusammen sind, sollten wir doch wohl durch die ganze Welt kommen.« Da stieg der Bläser herab und ging mit, und über eine Zeit sahen sie einen, der stand da auf einem Bein und hatte das andere abgeschnallt und neben sich gelegt. Da sprach der Herr, »Du, du hast es ja bequem gemacht zum Ausruhen.« »Ich bin ein Läufer,« antwortete er, »und damit ich nicht ganz so schnell laufe und springe, habe ich mir das eine Bein abgeschnallt. Wenn ich mit zwei Beinen laufe, so geht es geschwinder, als ein Vogel fliegt.« »Oh, geh mit mir, wenn wir fünf zusammen sind, sollten wir doch durch die ganze Welt kommen.« Da ging er mit, und gar nicht so lange, so begegneten sie einem, der hatte ein Hütchen auf, hatte es aber ganz auf dem einen Ohr sitzen. Da sprach der Herr zu ihm, »Manierlich, manierlich, häng deinen Hut doch nicht auf ein Ohr, du siehst ja aus wie ein Hans-Narr.« »Ich darf's nicht tun,« sprach der andere, »denn setz ich meinen Hut gerade auf, so kommt ein gewaltiger Frost, und die Vögel unter dem Himmel erfrieren und fallen tot zur Erde.« »Oh, dann geht mit mir,« sprach der Herr, »wenn wir sechs zusammen sind, sollten wir wohl durch die ganze Welt kommen.« Nun gingen die sechs in eine Stadt, wo der König hatte bekannt machen lassen, wer mit seiner Tochter um die Wette laufen wollte und den Sieg davon trüge, »der sollte ihr Gemahl werden, aber wenn er verliere, müßte er dafür seinen Kopf hergeben.« Da meldete sich der Mann und sprach, »ich will aber meinen Diener für mich laufen lassen.« Der König antwortete, »dann musst du auch noch dessen Leben zum Pfand setzen, also das Seine und dein Kopf für den Sieg haften.« Als das verabredet und festgemacht war, schnallte der Mann dem Läufer das andere Bein an und sprach zu ihm, »Nun sei rotig und hilf, daß wir siegen.« Es war aber bestimmt, daß wer als erster Wasser aus einem weit abgelegenen Brunnen brächte, der sollte Sieger sein.« Nun bekamen der Läufer einen Krug und die Königstochter auch einen, und sie fingen zu gleicher Zeit zu laufen an. Aber in einem Augenblick, als die Königstochter erst eine kleine Strecke fort war, konnte den Läufer schon keinen Zuschauer mehr sehen, und es war nicht anders, als wäre der Wind vorbeigesaust. In kurzer Zeit langte er bei dem Brunnen an, schöpfte den Krug voll Wasser und kehrte wieder um, mitten aber auf dem Heimweg überkam ihn eine Müdigkeit. Da setzte er den Krug hin und legte sich nieder. Und schlief ein. Er hatte aber einen Pferdeschädel, der da auf der Erde lag, zum Kopfkissen gemacht, damit er hart läge und möglichst schnell wieder erwache. Indessen war die Königstochter, die auch gut laufen konnte, so gut es gerade ein gewöhnlicher Mensch vermag, bei dem Brunnen angelangt und eilte mit ihrem Krug voll Wasser zurück, und als sie den Läufer da liegen und schlafen sah, war sie froh und sprach, »Der Feind ist in meine Hände gegeben«, leerte seinen Krug aus und sprang weiter. Nun wäre alles verloren gewesen, wenn nicht zum guten Glück der Jäger mit seinen scharfen Augen oben auf dem Schloss gestanden und alles mit angesehen hätte. Da sprach er, »Die Königstochter soll doch auch gegen uns nicht aufkommen«, lud seine Büchse und schoß so geschickt, daß er dem Läufer den Pferdeschädel unterm Kopf wegschoß, ohne ihm weh zu tun. Da erwachte der Läufer, sprang in die Höhe und sah, daß ein Krug leer und die Königstochter schon weit voraus war. Aber er verlor den Mut nicht, lief mit dem Krug wieder zum Brunnen zurück, schöpfte aufs neue Wasser und war noch zehn Minuten eher als die Königstochter daheim. »Seht ihr?«, sprach er, »Jetzt habe ich erst die Beine aufgehoben, vorher war es gar kein Laufen zu nennen.« Dem König aber kränkte es, und seine Tochter noch mehr, daß sie so ein gemeiner, abgedankter Soldat davon tragen sollte. Sie ratschlagten miteinander, wie sie ihn samt seinen Gesellen los würden. Da sprach der König zu ihr, »Ich, ich habe ein Mittel gefunden, laßt ihr nicht bange sein. Die sollen nicht wieder heimkommen.« Und sprach zu ihnen, »Ihr sollt euch nun zusammen lustig machen, essen und trinken.« Und führte sie zu einer Stube, die hatte einen Boden von Eisen, und die Türen waren auch von Eisen, und die Fenster waren mit eisernen Stäben verwahrt. In der Stube war eine Tafel mit köstlichen Speisen besetzt. Da sprach der König zu ihnen, »Geht hinein und laßt euch wohl sein!« Und wie sie darin waren, ließ er die Tür verriegen. Dann ließ er den Koch kommen und befahl ihm, ein Feuer so lange unter die Stube zu machen, bis das Eisen glühen würde. Das Taterkoch und es ward den sechsten in der Stube, während sie an der Tafel saßen, ganz warm und sie meinten, das käme wohl vom Essen. Als aber die Hitze immer größer ward und sie hinaus wollten, Tür und Fenster aber verschlossen fanden, da merkten sie, daß der König Böses im Sinn gehabt hatte und sie ersticken wollte. »Es soll ihm aber nicht gelingen«, sprach der mit dem Hütchen. »Ich will einen Frost kommen lassen, von dem sich das Feuer schämen und verkriechen soll.« Da setzte er sein Hütchen gerade, und alsbald fiel ein Frost, daß alle Hitze verschwand, und die Speisen auf den Schüsseln anfingen zu frieren. Als nun ein paar Stunden herum waren, und der König glaubte, sie wären in der Hitze verschmachtet, ließ er die Türe öffnen und wollte selbst nach ihnen sehen. Aber wie die Türe aufging, standen sie alle Sechse da, frisch und gesund, und sagten, es wäre ihnen lieb, daß sie herauskönnten, sich zu wärmen, denn bei der großen Kälte in der Stube früren die Speisen an den Schüsseln fest. Da ging der König voll Zorn hinab zu dem Koch, schallt ihn und fragte, »Warum er nicht getan hätte, was ihm befohlen wäre?« Der Koch aber antwortete, »Es ist genug da, seht nur selbst.« Da sah der König, daß ein gewaltiges Feuer unter der Eisenstube brannte, und merkte, daß er den Sechsten auf diese Weise nichts anhaben konnte. Nun sann der König aufs Neue, wie er die bösen Gäste los würde, ließ den Meister kommen und sprach, »Willst du Gold nehmen und dein Recht auf meine Tochter aufgeben?« »So sollst du haben, so viel du willst.« »Oh ja, Herr König«, antwortete er, »gib mir so viel, als mein Diener tragen kann, so verlange ich eure Tochter nicht.« Da war der König zufrieden, und jener sprach weiter, »So will ich in vierzehn Tagen kommen und es holen.« Darauf rief er alle Schneider aus dem ganzen Reich herbei, die mußten vierzehn Tage lang sitzen und einen Sack nähen. Und als er fertig war, mußte der Starke, welcher Bäume ausrupfen konnte, den Sack auf die Schulter nehmen und mit ihm zu dem König gehen. Da sprach der König, »Was ist denn das für ein gewaltiger Kerl?« »Der den Hausgroßen Ballen Leinwand auf der Schulter trägt.« Er schrak und dachte, »Was wird da für Gold wegschlappen?« Da hieß er eine Tonne Gold herbeibringen, die mußten sechzehn der stärksten Männer tragen, aber der Starke packte sie mit einer Hand, steckte sie in den Sack und sprach, »Warum bringt ihr nicht gleich mehr? Das deckt ja kaum den Boden.« Da ließ der König nach und nach seinen ganzen Schatz herbeitragen, den schob der Starke in den Sack hinein, und der Sack war davon noch nicht zur Hälfte voll. Da mußten noch siebentausend Wagen mit Gold in dem ganzen Reich zusammengefahren werden, die schob der Starke samt den vorgespannten Ochsen in seinen Sack. »Ich will nicht lange hinschauen,« sprach er, »und nehmen, was kommt, damit der Sack nur voll wird.« Wie alles darin war, ging doch noch viel hinein. Da sprach er, »Ich will dem Ding nun ein Ende machen. Man bindet wohl einmal einen Sack zu, wenn er auch noch nicht voll ist.« Dann lud er ihn auf den Rücken und ging mit seinen Gesellen fort. Als der König nun sah, wie der einzige Mann des ganzen Landes reichtum vortrug, war der zornig und ließ seine Reiterei aufsitzen. Die sollte den Sechsten nachjagen und hatten den Befehl, dem Starken den Sack wieder abzunehmen. Zwei Regimente holten sie bald ein und riefen ihnen zu, »Ihr seid Gefangene! Legt den Sack mit dem Gold nieder, oder ihr werdet zusammengehauen!« »Was sagt ihr?« sprach der Bläser. »Wir wären Gefangene!« »Eher sollt ihr sämtlich in der Luft herumtanzen,« hielt das eine Nasenloch zu und blies mit dem anderen die beiden Regimente an. »Da fuhren sie auseinander und in die blaue Luft über alle Berge hinweg, der eine hier in der andere dorthin.« Ein Feldwebel rief um Gnade. Er hätte neun Wunden und wäre ein braver Kerl, der den Schimpf nicht verdiente. Da ließ der Bläser ein wenig nach, sodass er ohne Schaden wieder herbeikam und sprach zu ihm, »Nun, geh heim zum König und sag, er sollte nur noch mehr Reiterei schicken. Ich wollte sie alle in die Luft blasen.« Der König, als er dem Bescheid vernahm, sprach, »Lass die Kerle gehen! Die haben etwas an sich!« Da brachten die Sechse den Reichtum heim, teilten ihn unter sich auf und lebten vergnügt bis an ihr Ende.